Musik 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 Urlaub vor der eigenen Haustür wird immer größer geschrieben, Radfahren, Wandern etc. Einfach Familienurlaub, schöne Zeit mit seiner Familie vor den Türen, vor den heimischen Türen verbringen, das ist im Kommen. Und ja, wir freuen uns darauf, dass die Leute auch zu uns in die Solling-Kochler-Region kommen. Musik Musik Wir vertreten hier hauptsächlich natürlich Angebote für Gäste im Bereich Wandern, Radfahren und natürlich Gesundheitstourismus. Ein Thema, das in den letzten Jahren sehr stark am Kommen ist. Und wir sind schon viele Jahre hier in Limburg vertreten, weil wir auch sehr viele Gäste bei uns vor Ort haben, die auch aus diesem Nahbereich kommen. Und Limburg oder das Einzugsgebiet ist auch nicht so weit bis zu uns, anderthalb Stunden Fahrt. Und deshalb sind wir jedes Jahr hier, weil die Resonanz sehr gut ist. Und ja, wir freuen uns immer wieder zu kommen. Haben Sie vornehmlich jüngere oder vornehmlich ältere Gäste? Das ist eigentlich eher ein Mix, wie gesagt, weil wir ja auch was für den aktiven Urlaub bieten. Auf der anderen Seite natürlich auch Gesundheitsangebote, sodass für jeden Geschmack da was dabei ist. Musik Das ist ja klar, dass wir da sind, weil die Wellnessplätze mit, wenn wir ich selber haben, kein Wellnessplätze. Gerade wenn es bei der Chaturaya kann ich sehr gut werden. Das ist ja klar, dass wir da sind. Danke. Also, das ist ja klar, dass wir da sind. Untertitelung des ZDF, 2020